Der Kandidat hat 100 Punkte. Wenn's reicht. Wieso erkennst du mich? Déjà vu. Respekt, die wenigsten kriegen mich mit. Ich hatte genug Gelegenheit. Man könnte fast sagen, ich bin ein Fan von dir. Und? Gibt's einen Fanclub von mir? Meine Teenie-Kreiszeit ist lange vorbei. Wir sind erwachsen. Lassen wir den Plura. Lass uns spielen. Viva Las Vegas de nada. Versch mich nicht. Also ich bin doch der Vater. Ja, natürlich. Bist du aber irgendwie unsicher? Was? Nein, ich bin mir unsicher. Nee, nicht unsicher. Hast du mich deswegen versetzt? Was? Was? Ob du mich deswegen am Flughafen versetzt hast? Was? Nein, ich hab dich angerufen, weil ich wollte, dass du mich abholst. Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen. Kannst du jetzt bitte mit diesem Scheiß-Handy aufhören? Ich komme nach sechs Monaten aus Afrika zurück. Nach sechs Monaten harter Arbeit. Und du empfängst mich so. Ja, wie? Ja, keine Ahnung wie. Entschuldige, das ist Leo. Angel ist mein Kind. Und sie ist die einzige, die ich ever habe. So, bitte, nicht immer sagen, dass ich ein Kind von mir habe. Sie ist mein Kind. Don't you understand me? Und sie ist mein Kind.